Kann ich die eigentlich auch löschen? Ja. Sehr schön. Oh, Bruder. Du kannst dieses Level nicht schnell spielen, ne? Oh, Digger. Oh, nee. Du bist doch mein Leben. Mann, du bist so eine Sau, wie diese krank Gegner immer wieder vor dir erscheinen. Ich bin eine Knochenpirania. Ich erscheine direkt in deiner Fresse.